Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir meine Stilsicher in 8 Wochen Erfahrung teilen von Frau Meier. Ich möchte dir einfach mal zeigen, was dich hier konkret erwartet, was du hier im Mitgliederbereich erwarten kannst und nach dem Video müsstest du wissen, ob du darin investieren möchtest oder nicht. Übrigens findest du den Link zum aktuellen Angebot in der Videobeschreibung. Dort kommst du dann mit einem Klick direkt zum aktuellen Angebot und wie du bereits erkennen kannst, befinden wir uns hier im Mitgliederbereich und dann siehst du auch schon ein Begrüßungsvideo und dann geht es hier unten weiter. Und ich würde einfach mal vorschlagen, wir spielen mal ein bisschen in das Willkommensvideo rein, dass du einfach mal gesehen hast, wie die Qualität der Videos sind und ohne viel zu reden, ich klicke hier mal direkt auf Play. Herzlich Willkommen bei Stilsicher in 8 Wochen. Glückwunsch! Du hast dich entschieden, ein ganz maßgebliches Stück deines Weges in Richtung gutes Aussehen und Selbstsicherheit zu gehen. Okay, cool. Das konntest du mal hier ein bisschen reinschauen. Und nochmal kurz zusammengefasst, um was geht es eigentlich hier in diesem Kurs? Nun, mit diesem Kurs soll es dir möglich sein, wieder selbstsicher zu werden, weil du einfach danach weißt, was du brauchst. Es wird auch versprochen, dass du mehr Selbstbewusstsein und Ausstrahlung erlangen kannst. Du lernst, wie du die passende Kleidung findest und worauf du achten solltest. Es geht darum, sich einfach wieder wohl in seiner Haut zu fühlen und gut auszusehen. Und soviel ich weiß, egal für welche Variante du dich hier entscheidest, beinhalten alle 11 Module mit PDF und Videos mit drei zusätzlichen Bonusmodulen. Es sind übrigens auch ein persönliches Stiltagebuch zum Ausfüllen dabei oder auch ein Stilspickzettel, Planungsunterlagen, beispielhafte Styleboards und Anleitungen und Vorlage zum Erstellen eines persönlichen und individuellen Styleboards und vieles mehr. Und hier unten siehst du dann auch den Fahrplan zum Kurs, den kannst du dann direkt hier runterladen oder auch hier den Stiltagebuch, deine persönliche Checkliste kannst du hier runterladen und hier unten geht es dann zum exklusiven Bonusmaterial. Es sind auch einige Videos, also zum Beispiel hier Geheimnis deines guten Aussehens oder Trace for Success, dein erfolgreiches Business Outfit und so kannst du dann die ganzen Module durchgehen, Woche für Woche. In der ersten Woche geht es mehr so darum, dass du von innen nach außen an deiner Ausstrahlung arbeitest, dein Blick in den Spiegel und wie du dein Strahlen wiederfindest zum Beispiel. Natürlich kann ich dir hier auch nicht alles verraten. Im zweiten Teil geht es von oben bis unten und drumherum, also um deine Kleidung und so weiter. Es geht auch noch um Farben, was sehr interessant ist. Und ich finde, Frau Meier gibt hier Tipps, die man so bei anderen Coaches, sage ich mal, in der Stilberatung nicht so zu hören bekommt. Ich finde sie sympathisch und ich denke, man kann hier definitiv herausziehen und man kommt hier meiner Meinung nach auch einen Schritt näher in Richtung Selbstbewusstsein und Ausstrahlung. Ich denke, es ist auch günstiger, als wenn man sich jetzt vor Ort eine Stilberatung kaufen würde. Also soviel ich weiß, gibt es da echt sehr teure Angebote und die halten meistens nicht das, was sie versprechen oder es fehlt halt einfach irgendwas oder man ist damit unzufrieden. Und ich denke, hier dieser Online-Kurs ist sehr aufschlussreich. Also der Online-Kurs in der Basisversion kostet aktuell um die 297 Euro. Und ja, man kann sich darum streiten, ob das jetzt billig ist oder nicht. Ich denke aber, vor Ort zeigt man sicherlich mehr. Dementsprechend kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Wenn du möchtest, dann kannst du zum aktuellen Angebot gelangen. Wie ich bereits erwähnt habe, kostet aktuell ca. 297 Euro. Klicke hierfür einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Und wenn du noch Fragen hast, dann schreib diese in die Kommentare. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Einblick und meiner Meinung weiterhelfen.